Die Grünen, die wollen mal wieder ihrem alten Image als Verbotspartei äußerst gerecht werden und äußerten sich natürlich auch gegen die Haltefrist bei Kryptowährungen. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht in der letzten Woche schon mitbekommen, ich war im Urlaub, war ein brandaktuelles Thema. Aktuell ist es ja so, dass Gewinne aus Kryptowährungen, wie gesagt wissen viele wahrscheinlich auch, viele halten ja vielleicht auch Kryptowährungen, die man mehr als ein Jahr hält, die Gewinne sind dann eben steuerfrei. Okay, das ist natürlich und wer hätte es gedacht mittelfristig auch irgendwie ein Dorn im Auge der Politik, kann nicht sein, dass man irgendwo keine Steuern bezahlt, hoho. Zudem fordert die SPD-Politikerin Katharina Barley auch nochmals dazu auf, alle Kryptobörsen, die nicht genug gegen die Geldwäsche in Deutschland unternehmen, zu schließen, beziehungsweise schließen zu lassen. Das ist ganz interessant, weil das Ganze so unfassbar schwammig formuliert ist, dazu gehe ich gleich unten im Video nochmals drauf ein. Und als drittes kommt dann eben nochmals hinzu, dass sich bereits vor kurzem auch schon auf der EU-Ebene auf einem provisorischen Gesetzesentwurf zur Einschränkungen von Transaktionen mit Kryptowährungen geeinigt wurde. Wenn man es halt nicht mehr kontrollieren kann, dann muss man es halt bekämpfen. Denn immerhin stellen ja dezentrale Kryptowährungen eine große Gefahr für das zentralisierte Fiat- bzw. Papiergeldsystem dar. Man will ja künftig sogar auch wohl selber mit digitalem Zentralbankgeld die Kontrolle über unser Geld erlangen. Ein Bargeld abschaffen, völlig gläserner Berger, soll her. Und da ist natürlich so eine unabhängige und auch dezentrale Anlageklasse, wie jetzt in dem Fall mal der Bitcoin-Kryptowährungen, natürlich der große Feind. Das alles geschieht natürlich unter dem bekannten Deckmantel der Geldwäsche-Bekämpfung. So wie man das Ganze ja auch schon mit Gold seit Jahren tut, das Ganze in eine bestimmte Ecke stellt und sich natürlich oder beziehungsweise das Gold einschränken will. Ihr wisst ja auch alle schon, das Tafelgeschäft, das wurde auf 2000 Euro begrenzt. Sprich, jeder Goldkauf, der über diese Summe geht, der muss aufgeschrieben werden. Jeder weiß also, dass ich Gold kaufe. Und deswegen kaufen so viele Menschen eine Unze Gold in Bar unter 2000 Euro. Praktisch für den gläsernen Bürger. Nun soll Krypto in genau diesem Bereich folgen. Und das ist eben, was wir ja schon seit Jahren sagen, was ja auch viele aus unserem Umfeld seit Jahren berichten. Es aber so wenig Menschen einfach wahrhaben will. Man möchte uns gläsern machen. Wie man mit extremen Maßnahmen jetzt auch versuchen will, sich gegen die Kryptowährungen zu wehren. Und was man möglicherweise, das ist ja für uns auch immer wichtig als Investor, aus diesen ganzen Forderungen, Gesprächen, die aktuell im Raum sind, mitnehmen kann, das schauen wir uns heute mal wieder gemeinsam an. Mein Name ist Jan Willhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit über 35 Jahren in eben erster Linie Edelmetall- und Rohstoffaktien. Wir sind aber nicht nur im Bergbau-Mining, ja, also englische Bezeichnung für Mining, sondern eben auch für das Thema Bitcoin-Mining zu begeistern bzw. interessiert. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr auf axinocapital.de vorbeischaut, das ist unsere Website, blenden wir hier einmal ganz kurz für euch ein. Da haben wir unter der Rubrik Aktien einige Firmen, über die wir im deutschsprachigen Raum berichten. Da bitte immer unseren Disclaimer beachten, auch mit den Interessenskonflikten. Und da ist auch die Firma Hive Digital Technologies zu finden. Das war der erste jemals an der Börse gelistete Bitcoin-Miner. Hive wird übrigens für alle Interessierten jetzt einmal ganz kurz aufpassen, kurzer persönlicher Einschub. Am Ende April, ich meine 26.27, das ist Freitag, Samstag, findet die Invest-Messe in Stuttgart statt. Das ist Deutschlands größte Anlegermesse. Axino wird dort mit einem größeren Stand sein. Unser Team wird mit vor Ort sein und auch verschiedene CEOs von Firmen, die wir beispielsweise auf axinocapital.de haben. Darunter wird auch Hive Digital Technologies sein. Wir wissen noch nicht, wer genau aus dem Management der Firma kommt, aber ihr werdet die Möglichkeit haben, mit dem ersten je gelisteten Bitcoin-Miner, dem effizientesten Bitcoin-Miner, den es an der Börse gibt, ins persönliche Gespräch zu gehen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf die Invest-Messe zu kommen. Wir haben meines Wissens nach die Möglichkeit, für euch an Freikarten zu kommen. Dazu wird auch nochmal eine E-Mail rumgehen. Also ganz wichtig, wenn ihr dem Kanal hier folgt und ohnehin unsere E-Mails bekommt, dann wartet noch mit dem Kauf der Karten. Wir werden dazu demnächst eine E-Mail rumschicken. Und ihr könnt an diesem Stand face-to-face mit den Leuten reden. Parallel, wir haben noch eine Bar am Stand, so wie es aktuell aussieht, werdet ihr noch einen Drink bekommen. Wir können quatschen, also kommt dort gerne vorbei. Das Ganze findet in Stuttgart statt. Bucht gerne jetzt schon mal die Hotels, sonst wird es wahrscheinlich teurer. So, das als kurzer Einschub dazu. Jetzt starten wir aber direkt rein mit dem Video. Was will die Politik jetzt schon wieder gegen Krypto? Wo will man uns schon wieder ein bisschen mehr einschränken, ein bisschen gläserner machen? Ganze wird wieder spannend heute. Und das Timing, die breite Masse in Deutschland zu verunsichern, das könnte eigentlich auch nicht besser sein, ja. Das Interesse beim Bitcoin und in Kryptowährungen im Allgemeinen, das nimmt immer weiter zu, das ist ja bekannt. Das sehen wir ja auch immer wieder an dem Zuspruch, den ja auch beispielsweise Hive Digital Technologies erhält, in Form von Handelsvolumen, aber auch Nachrichten, die wir bekommen, Nachfragen, Klicks auf den Interviews und so weiter. Wir haben ja erst kürzlich auch gesehen, dass das erfolgreiche Zulassen für den Bitcoin-ETF hinter uns gebracht wurde. Vermutlich dann im April steht dann das nächste große Event an, nämlich das sogenannte Bitcoin Halving. Und nach jedem Halving, da steigt historisch betrachtet der Kurs in die Höhe. Wir blenden euch hier gerade einmal was ein. Für die, die es nicht wissen, kurz eingeschoben. Bitcoin Halving, das bedeutet im Prinzip eigentlich eine Halbierung der Belohnungen, die die Miner für ihre Rechenkapazitäten in Form von Bitcoin erhalten. Ja, also für den gleichen Aufwand kriegst du nur die Hälfte, kurz erklärt. Wir kennen das ja alle auch aus dem Bergbausektor. Wenn ein Angebot auf einem bestimmten Rohstoff sinkt, auf der anderen Seite aber die Nachfrage gleich bleibt, also Angebot, Nachfrage, Angebot sinkt, Nachfrage bleibt, dann kann man das Ganze nur über den Preis regeln. Das war historisch betrachtet beim Bitcoin auch mal so. Und jetzt, bevor das Ganze noch Ausmaße annimmt, will man da vielleicht auch ein bisschen verunsichern. Doch was genau tut sich jetzt dort gerade in der Politik? Und was genau hat es mit diesen ganzen Forderungen, mit den Gesetzesentwürfen? Was hat es damit auf sich? Das ist ja eigentlich das Kernthema heute. Worum geht es hier? Also, zunächst mal, das EU-Parlament und auch der EU-Rat, die haben sich vor ein paar Wochen auf Maßnahmen geeinigt, die es in sich haben, könnte man sagen. In einem vorläufigen Gesetzesentwurf, da einigten sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereits darauf, Kryptofirmen dazu zu verpflichten, gegen die Geldwäsche und gegen die Umgehung von Sanktionen vorzugehen. Erstmal gut, gehe ich gleich noch drauf ein. Dafür wird vorgesehen, alle Transaktionen ab 1.000 Euro überprüfen zu lassen, ob das Geld zum Beispiel zur Finanzierung von Terrororganisationen genutzt wird. 1.000 Euro, können wir darüber mal ganz kurz sprechen? Also, beim besten Willen, wenn ich den normalen kleinen Bürger schützen möchte und ich setze eine Grenze bei Sanktionsumgehungen von 1.000 Euro, also, ich weiß nicht, was ihr glaubt, mal als Beispiel. Russland sollte kein Öl oder Gas hierher liefern zu uns, über beispielsweise Umwege. Ja, wird ja wohl angeblich gemacht, haben wir schon drüber berichtet, denn Russland soll gerade nicht mit uns Geschäfte machen. Wenn Russland jetzt aber doch irgendwie einen Tanker zu uns schickt und dafür Geld bekommt, über was weiß ich welche Wege, dann reden wir jedoch nicht über 1.000 Euro, dann reden wir hier über zwei Nullen hintendran. Also, das nimmt immer Maßstäbe an, wo ich mich frage, wer soll jetzt hier wirklich geschützt werden? Egal, kommen wir gleich nochmal zu. Ja, zurück zu dem Gesetz, außerdem soll nämlich das neue Gesetz auch die Sperrung, wieder sehr interessant, die Sperrung Verdächtiger, Transaktionen und Konten ermöglichen. Erstmal, gar keine Frage, ein super Motiv, Terrorfinanzierung muss eingeschränkt werden, ganz klar. Doch sind wir mal ehrlich, wenn ich etwas Illegales mache, ich nicht, ja, aber wenn man etwas Illegales macht, dann findet man Wege. Die Wege hat es immer gegeben, die Wege wird es immer geben und nochmal, wir reden hier, wenn jemand große Summen, Terrorfinanzierung oder ähnliches macht, nicht nur von einem Tausender. Wirklich eingeschränkt wird doch dabei der normale Verbraucher und daher hinterfragen wir gerne Dinge, sind die Sachen so, wie sie gesagt werden? Korrigiert uns, wenn ihr es anders seht, wir sind immer für Diskussionen offen. Denn die Frage stellt sich doch, ab wann gilt denn eine Aktivität als verdächtig? Denn das wird an dieser Stelle tatsächlich gar nicht genau definiert. Reicht es zum Beispiel aus, dass man eventuell mit jemandem Geschäfte in Bitcoin abwickelt, der beispielsweise dem Finanzsystem in der Öffentlichkeit kritisch gegenübersteht und dem Behorden deswegen ein Dorn im Auge ist? Könnte beispielsweise eine Spende an eine unliebsame Partei als verdächtige Aktivität und die Finanzierung von illegalen Machenschaften zählen und könnte man so einfach Bitcoins festfrieren, einfrieren, von mir mein Geld wegnehmen über diesen Weg? Das ist ja eine gute Frage, oder nicht? Die ist ja wohl auch berechtigt zu stellen. Nochmal, wir distanzieren uns ganz klar gegen jede illegale Aktivität. Wie so oft geht es hier leider um einen sehr, sehr schwammigen Entwurf, der im Raum steht, der vielleicht gut gemeint ist, aber Riesengefahr für die Ausnutzung mit sich bringen kann. Und das ist eben immer ein großes Problem. Was ich mich jetzt gerade aber auch nochmal frage ist, wie hoch ist denn vielleicht aber auch eigentlich der Anteil von Kryptowährungen, die tatsächlich für kriminelle Aktivität genutzt werden? Denn sowas kann man ja nachvollziehen. Und das ist jetzt auch ganz spannend, da haben wir auch mal Zahlen mitgebracht. Das amerikanische Blockchain-Analyse-Unternehmen Chain Analysis veröffentlicht dazu nämlich jährlich einen Report zu den nachweislich illegalen Aktivitäten im Kryptohandel. Und wenn man diesen illegalen Handel einschränken muss, mit Gesetzen auch schon bis zu 1000 Euro, ja dann muss es ja sehr, sehr kritisch sein, oder? Wir blenden euch dazu gerade mal einen Chart ein. Schaut euch das mal kurz an. Es stellt sich nämlich heraus, dass nachweislich 0,34% des Kryptohandelsvolumen im Jahr 2023 auf illegale Aktivitäten zurückzuführen sind. Das ist sogar nochmals weniger als im Vorjahr. Okay, vielleicht ist die 1000-Euro-Sperre ja doch gerechtfertigt, weil es sind ja gar nicht so viele Transaktionen, die illegal stattfinden, oder? Die Dunkelziffer, das ist ganz klar, die wird wie bei jeder Kriminalitätsstatistik in der Realität nochmals etwas anders ausfallen. Vielleicht sind es ein paar Prozentpunkte mehr, aber es werden ja nicht plötzlich 40% sein. Klar, nochmals, es handelt sich hier nur um die nachweislich genutzten kriminellen Gelder. Sicherlich gibt es Sachen, davon weiß man nicht. Aber auch da, wie viel Geld von anderen Währungen, egal was es ist, wird auch sonst illegal verwendet. Ja, also allerdings stellen es eben die Politiker und die Medien gerne so dar, als würden Kryptowährungen hauptsächlich für illegale Aktivitäten genutzt werden. Auch heute noch hört man die Leute, die keine Ahnung haben, darüber reden, ah, Bitcoin, das ist doch für illegale Sachen. Und das Ganze, das nennt man halt eben Framing. Man nimmt einen Fakt, ja, also in dem Fall, dass es durchaus definitiv illegale Aktivitäten gibt, die mit Bitcoin betrieben werden. Und dann blendet man alle anderen Fakten darum aus, also in dem Fall eben, dass wir von nicht mal einem halben Prozentsatz sprechen, der nachgewiesen ist. Und dann kann man eben das Thema, dass man ja trotzdem einen Fakt hat, nämlich es ist ja so, dass die illegalen Aktivitäten stattfinden, dem pustet man dann auf. Ja, und auch die CDU, die fordert in einem Antrag im Bundestag mit einem Gesetzesentwurf eine Verschärfung der Richtlinien für Kryptowährungen. Ebenfalls, natürlich, wie kann es anders sein, auch unter dem Deckmantel zur Bekämpfung von Terrorismus und dem Umgehen von Sanktionen. Und sie fordern ein ausdrückliches gesetzliches Verbot in Bezug auf den wechselseitigen Umtausch von Kryptowährten und Bargeld. Ganz kurz, das müsst ihr euch alle noch einmal vorstellen, ich kann mich gerade nicht schon wieder aufregen, aber nochmal ganz nüchtern. Hier wird von der CDU tatsächlich ein Verbot für den Wechsel von Kryptowährungen zurück in Fiatgeld gefordert. Also, ich darf von meinem Euro Bitcoin kaufen, aber ich darf den Bitcoin nicht zurückwandeln. Das wäre in etwa so vergleichbar, wie wenn ich mir mit meinen Euros ein Stück Gold hole in einer bestimmten Menge und dieses Gold dann später zu einem Zeitpunkt nicht mehr in Euro umwandeln darf. Ja, damit verbietet man natürlich nicht den Handel mit Bitcoin direkt. Ja, man macht es rechtlich natürlich clever. Man stellt sich so hin und sagt, nö, nö, Bitcoin könnt ihr euch kaufen, wie ihr wollt. Aber man macht es einfach so unattraktiv wie möglich. Und das ist halt eben der springende Punkt hier. Doch es geht eben noch weiter, weil auch die Partei der Grünen, wie soll das anders sein, die fordert weitere Einschränkungen, die Kryptoanleger sicherlich überhaupt nicht gerne zu hören zu bekommen. Geht es nämlich nach den Grünen, müssten die Kryptoanleger ihre Gewinne bald immer versteuern. Das habe ich ja eingangs schon ganz grob erklärt. Ja, ihr wisst es ja, seither gibt es eben die Regelung, dass man, wenn man ein Jahr lang seine Kryptowährungen hält und sie dann abstößt, die Gewinne ganz steuerfrei sind. Und das will man jetzt eben zurückführen. Dann möchte man sagen, nein, ihr zahlt immer Steuern. Vielleicht sogar was, was ich noch am ehrlichsten verstehen kann, ja, dass es genau gleich ist, wie bei zum Beispiel Aktien. Auch, und das ist ja auch was, was man fairerweise ansprechen muss, man darf ja nicht immer nur einseitig sein. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wir müssen hier ganz, 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 ganz genau aufpassen, was wir sagen, wenn es um das Thema Aktien geht. Wir müssen hunderte Disclaimer einblenden, euch 70.000 Mal sagen, dass es keine Anlageberatung ist. Wir wollen auch gar nicht die Verantwortung dafür übernehmen, das ist ja ganz klar. Aber es können sich auf der anderen Seite irgendwo 10-Jährige, 14-Jährige hinstellen, sich Crypto-XXL-Bro nennen im Internet und sagen, hey, kauft alle diesen Coin, der wird mal 100 gehen oder mal 1000 gehen, warum, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass passieren wird. Das darf auf der Kryptoseite wiederum gesagt werden. Ja, also, ich kann schon verstehen, dass man natürlich bei neuen Sachen irgendwann Regulierungen anpassen muss, aber auch da frage ich mich, warum guckt man sich nicht erstmal an, dürfen denn überhaupt diese ganzen, ja, vielleicht auch teilweise nicht mal am Finanzmarkt stattfindenden Menschen in irgendeiner Art und Weise im Internet von irgendwelchen Coins, die wirklich hoch riskant sind, wo nichts hinter steht, darf man die einfach so bewerben oder muss das vielleicht verfolgt werden? Nein, stattdessen guckt man, dass man nach Möglichkeit die richtigen, ernsthaften Investoren einschränkt. Kommen wir also zum Schluss, fassen wir ganz kurz zusammen. Wir sehen in den letzten Jahren eine durchaus zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz von Kryptowährungen, auch unter anderem als Zahlungsmittel. Und erstmal ist jede Konkurrenz zum Fiat-Geldsystem gut, weil das Fiat-Geldsystem ist null. Aus meiner, aus unserer Sicht ist Gold nochmal ein Stück besser, hat sich auch schon bewiesen, Kryptowährungen müssen sich erstmal beweisen, aber ich glaube, wir glauben, Gold und Bitcoin, das kann durchaus parallel funktionieren. Beim Bitcoin gibt es natürlich immer noch viele offene Fragen, auch so ehrlich muss man sein, weil es eben sich noch nicht bewiesen hat, weil noch viele Fragen offen sind, aber das muss man in anderen Themen, anderen Interviews, anderen Videos nochmal genauer berichten. Wir wissen, dass große Banken ein Interesse an Bitcoin entwickeln. Letztendlich wurde der Bitcoin-ETF zumindest mal in Amerika zugelassen. In Deutschland wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder so eine Art ETC folgen. Wir dürfen ja keine ETF, die sich nur mit einem Asset befassen, auflegen. Wir haben neun Meilsteinen in der Geschichte der Kryptowährungen hingelegt und zur selben Zeit beobachten wir aber auch nochmals das stark sinkende Vertrauen in Banken und Fiat-Geld angeht. Thema Inflation, Thema Kriege, Thema Unsicherheit, Thema schlechtere Wirtschaft. Und da genau in diesen Punkt rein, da will man eben von Seiten der Politik nochmals die Privatanleger verunsichern, ihnen die Freiheiten wegnehmen und in wie immer unsicheren Zeiten den Bürger noch mehr kontrollieren unter dem Deckmantel, es ist ja für eure Sicherheit. Tja, ob es wirklich um die Sicherheit geht, das bleibt offen, das bleibt auch zu diskutieren. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu in den Kommentaren sagt. Übrigens, ich habe ja eingangs Hive Digital Technologies angesprochen, auch hier keine Anlageempfehlung, Disclaimer beachten, ich habe selbst Aktien in der Firma und wir bekommen auch Geld von der Firma dafür, dass wir sie auf axinocabital.de vertreten. Das ist anders als Bitcoin eine Aktie, ja, also eine Aktie eines Bitcoin Miners und das ist eben ganz spannend, weil wenn jetzt hier von Einschränkungen des Bitcoins mal per se gesprochen wird für den Privatanleger, dann haben wir da immer noch eine Aktie, die nicht so leicht eingeschränkt werden kann und das war auch damals die Idee eigentlich von dem Frank Holmes, der sich gesagt hat, hey, ich bin Hive Digital Technologies mal an die Börse, der hat sich nämlich gedacht, wie können institutionelle Anlieger von Bitcoin profitieren und damals gab es eben das Thema ETF noch nicht, also hat man gesagt, hey, da machen wir einen Miner, der auch noch das Asset selber bei sich hält, ja, also Hive verkauft eigentlich kaum Bitcoin, sondern die halten die meisten ihrer gemeinten Bitcoins und so kann ich auch von dem Bitcoin und dem Anstieg profitieren, Hive hat es die letzten Tage auch wieder unter Beweis gestellt, Bitcoin ging hoch, Hive ging eben exponentiell ein bisschen mehr hoch, wie gesagt, keine Anlageberatung, befasst euch mit den Themen, kommt gerne zu uns auf die Invest nach Stuttgart, wir freuen uns, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da, falls ihr es noch nicht getan habt und dann sehen wir uns im nächsten Video hier schon wieder.